Stammler und Willis, beide hübsche Frauen, Mama und Tochter, die kriegen beide zwei Söpfe und dann zeigen wir, wie es geworden ist. Ich freue mich, dass ihr da seid, die zwei hübschen, Willis und die Mama. Schöne Söpfe, könnt ihr euch drehen oder noch da hingucken oder dorthin oder dahin, guck mal. Danke, dass ihr da wart. Bis nächstes Mal.